Hallo miteinander und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dem Best of Wander Video vom Jahr 2021, das ich jetzt hier machen möchte und euch vorstellen möchte. Ich melde mich hier von mir zu Hause aus. In diesem Video geht es darum, dass ich Bilder zeige von all den Wanderungen, die ich in diesem Jahr gemacht habe. Von jeder Wanderung ist mindestens ein Foto dabei. Die meisten habe ich natürlich mit meiner Frau zusammen gemacht, aber manchmal war ich auch alleine unterwegs oder mit einem Arbeitskollegen. Alles insgesamt waren es 59 Wanderungen. Es waren über 35'000 Höhenmeter, die wir gemacht haben. Über 200 Stunden sind wir gewandert und es sind irgendwie 700 oder weit über 700 Kilometer, die wir abgewandert sind. Ganz viele würden jetzt zu diesen Zahlen sagen... Äh nein, das habe ich nicht gemeint, sondern... Ganz genau, das war es, nämlich Spitzen. Es hat auch wirklich Spitzenfotter gegeben und die möchte ich euch jetzt zeigen. Auf jeden Fall geniessen das und bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018